So, willkommen zu einer neuen Folge Pokemon Go. Wir haben heute wieder was ganz besonderes für euch vorbereitet. Eigentlich habe ich gerade noch ein kleines Infovideo gemacht zu dem Galafleckmon Event, wo ihr gerne mal eure Meinung unter das Video schreiben könnt und vor allem worauf ihr Bock habt. Und am Wochenende war ja auch der Sea Day. Der Kaumala Sea Day. Manche haben sich natürlich auch wieder gefragt, hä, warum Streambrams ist nicht? Hä, hm. Es war ein bisschen, ich hatte ja Besuch, Natururin, Flatti waren da, deswegen... Die sind erst am Sonntag um 14.02 Uhr am Sonntag mit dem Zug wieder gefahren. Habe ich mit dem Geitsch zusammen die dann da runtergebracht, also mit dem Manns Haulwurf. Und es wäre für mich jetzt nicht möglich gewesen, Max möchte kämpfen. Nein, danke, jetzt nicht Max. Max, beruhig dich. Hör auf damit, leg das weg. Es wäre für mich jetzt nicht möglich gewesen, um 11 da rumzustreamen, während die alle noch schlafen und ihr Ding machen. Deswegen habe ich am Sonntag auch auf den Stream verzichtet, möchte euch aber trotzdem mal die Ausbeute zeigen und... Und passend zum Montag, Max Out Monday, natürlich auch ein bisschen was pushen. Ganz zuallererst möchte ich euch aber was zeigen, und zwar das ist das hier. Wenn wir mal Lin eingeben. Wir haben ein Linfu. Das ist übrigens das Pokémon, was ihr jetzt aus der Go Battle League bekommen könnt. Erst hieß es, dass es das garantiert auf Rang 5 gibt. Also wenn ihr Rang 5 seid und dann eine Pokémon-Belohnung bekommt, dass das einmal garantiert die Pokémon-Belohnung dann ist. Ihr müsst aber erst mal dann drei Kämpfe gewinnen, damit ihr eine Pokémon-Belohnung bekommt. Und so, ja, drei. Mit Premium Pass zwei, eins, null. Auf jeden Fall Linfu. Manche haben es schon, manche haben es noch nicht. Ich habe es eigentlich noch nicht, da ich bis jetzt noch nicht die GBL zocken konnte. Ich bin seit Mittwoch einfach nur noch unterwegs gewesen. Auch jetzt habe ich nur drei Tage. Ab Donnerstag geht es schon wieder nach München. Das heißt, dieses Wochenende wird auch ein bisschen problematisch. Aber ich war Glücksfreund mit Julchen. Julchen hat eins bekommen. Und Julchen hat mir ihrs gegeben, getradet. Sie hat ja schon lange darauf gewartet, dass wir Glücksfreunde werden, damit sie eben ihr Togepi bekommt. Ihr Shiny Togepi. Die sammelt ja immer Glücks-Shinys. Und wie gut ihr Shiny Togepi geworden ist, das seht ihr bei Raid am Mittwoch. Kann ich euch jetzt schon mal sagen. Und ich habe das hier bekommen. Ich kann mir selbst mein eigenes noch freispielen. Das ist jetzt ein männliches. Wir wollen da auch gleich mal ein paar Bonbons draufzimmern. Wir wollen das einfach auch mal fix entwickeln hier fürs Video. Ich weiß sonst eh nicht, was ich mit den Sonderbomboms machen soll. Wo ich die reinstecken soll. Ich hoffe, das kann man einfach entwickeln. Ja, nicht, dass man es plötzlich noch als Buddy nehmen muss. Wir entwickeln einmal Linfu zu... Zu? Weiß ich nicht. Steht erst gleich da. Ist ein neues Pokémon, wie gesagt. Ich kannte das vorher auch nicht. Habt ihr schon ein Linfu aus der GBL gezogen? Dann schreibt es mal in die Kommentare. Und wann habt ihr das bekommen? Weil erst hieß es irgendwie Rang 5. Dann hieß es Rang 6. Dann hieß es, keine Ahnung. Manche sagen, sie haben jetzt schon 20 Pokémon-Belohnungen bekommen und alles. Sie haben immer noch keins. Alles... Wie, Schuh? Alles verbuggt, alles sonst was. Aber ihr müsst erst mal Rang 5 erreichen. Und wenn ihr danach kämpft, ist es vielleicht so, dass ihr dann Rang 6 seid, bis ihr die Belohnung dann kriegt. So irgendwie, ja, also... Irgendwas zwischen Rang 5 und 6 müsste es das aber eigentlich geben. Steht auf jeden Fall seitdem irgendwo im Pool. Auf jeden Fall. Und es existiert ja. Man sieht es ja hier. Ich kann noch nichts dazu sagen. Ich habe selbst noch keins gezogen. Die, die schon eins bekommen haben, können ja mal reinschreiben, wann sie das nun bekommen haben. Was sie dafür tun müssten. Um dann mal noch ein bisschen mehr Licht ins Dunkel zu bringen. Weil das schon wieder für Unruhe sorgt. Sehe ich schon. Dann haben wir hier Winfu. Das macht... Ach du Scheiße. Das macht irgendwie Faxen. Okay, das lassen wir so. Deswegen hatte ich auch kein einziges Bonbon, weil ich das ja nicht gefangen habe. Ich das ja getauscht habe. Und durchs Entwickeln habe ich jetzt wieder ein Bonbon bekommen. Wie Schuh. Aber es soll jetzt hier nicht um Wie Schuh gehen. Auch wenn wir jetzt Wie Schuh entwickelt haben. Was können wir denn mal zuerst machen? Kaumalad. Kaumalad und Entwicklung. Ich habe circa um die 100 Shinies bekommen. Das ist, muss man sagen, eigentlich relativ viel. In genau diesen sechs Stunden waren es circa um die 100 Shinies. Was ich ziemlich heftig fand. Beziehungsweise 95 oder so glaube ich. Ich weiß nicht, wie viele Shinies ihr bekommen habt. Ich weiß nicht, wie lange ihr gespielt habt. Das ist ein Unterschied, ob man eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden oder eben die komplette Zeit spielt. Oder gespielt hat oder spielen konnte. Oder wie auch immer. 100 Stück finde ich auf jeden Fall sehr krass. Meiner Meinung nach war das erhöhter als alles andere. Also vielleicht haben sie es wirklich gut gemeint mit den Leuten. Bei den Shinies achte ich jetzt immer nicht so auf die EV. Hier zwischendrin das mit dem Sternchen ist kein Shiny. Das müsste aber auch ein Hunderter sein, was es noch gab. Ansonsten habe ich halt sechs Shinies glaube ich entwickelt, dass sie direkt die CD-Attacke haben. Und wollte mir noch sechs andere entwickeln mit CD-Attacke. Während ich aber schon eins hier als Best Buddy habe. Was natürlich nicht die CD-Attacke hat. Und ich hier bei diesem eben auch eine Top-Lade-TM dann drauf packen müsste. Die Frage ist natürlich, nimmt man jetzt das und gibt extra eine Top-Lade-TM aus. Oder nimmt man zum Beispiel das hier, was dann Erdkräfte hat. Puscht das einfach hoch und macht es dann nachträglich auch noch zum Best Buddy. Ich weiß aber immer nicht, was ich mit meinen Top-Lade-TMs anfangen soll. Deswegen würde ich hier wahrscheinlich eine neue Attacke drauf knallen. Weil das schon Best Buddy ist und einen Pokémon zum Best Buddy machen, ist für mich immer übelst nervig. Deswegen werde ich mal eine Top-Lade-TM hier nehmen. Ja, was wollen wir denn vergessen? Wutanfall oder Sandgrab? Was hat es denn überhaupt jetzt? Wutanfall und Sandgrab. Dann nehmen wir natürlich Sandgrab, was weg muss. Ich bin ein bisschen verwirrt. Ich habe die doch nicht so eingesetzt. Weil wir wollen ja eine Boden-Attacke weg haben für eine andere Boden-Attacke. Hat ja sonst gar keinen Sinn. Wie jetzt? Vergisst Sandgrab, Erdbeben, Feuersturm. Habe ich jetzt schon wieder die falsche genommen oder was? Oder kann ich die jetzt nicht nehmen? Sind die verrückt? Jetzt gehe ich nochmal da drauf. Was habe ich denn gerade gemacht? Ich bin doch auf Top-Lade-TM oder nicht? Sandgrab vergessen. Und? Hm. Hä? Warum kann ich jetzt nicht Erdkräfte lernen? Ich dachte eigentlich, dass man da die alten Sieder-Erdhacken immer bekommen kann. Und nicht so? Verstehe ich nicht. Ramses, Ramses, Ramses. Wie gut, dass du dieses Video nicht cutten kannst und nichts. Egal. Das ist trotzdem hier mein Bestes, was ich habe. Ich ziehe das jetzt einfach mal hoch auf Level 50. Keine Ahnung. Irgendwas ist schon wieder... Irgendwas passt schon wieder nicht. Sandgrab ist drin. Normalerweise Erdkräfte. Ich dachte, wenn ich jetzt Sandgrab wegpacke, Erdkräfte draufpacke, passt das. Ich kann Erdkräfte nicht draufpacken. Obwohl ich dachte, dass das immer mit den Sieder-Erdhacken geht. Dafür hat man ja diese Top-Lade-TMs. Jetzt hat es halt auf einmal Drachenrude. Wutanfall. Sandgrab. 4.479 auf Level 50. Das ist ein Hunderter als Best Buddy. Ich will mal gucken, wie weit ich hier noch komme. Denn das hier hat Erdkräfte. Das werde ich jetzt auch einfach hochknallen auf 4.479. Ist das dann ein heftiger Bodenangreifer? Wir werden das daneben auch noch nehmen. Wir werden das auch noch hochknallen auf Level 50. Auf 4.479. Alles schön mit Erdkräfte. Ich habe ja kaum mal hart. Geht er noch? Der scheint noch zu gehen. Guckt euch das an. 4.479. Das heißt, wir haben drei Stück auf 50 jetzt mit Erdkräfte. Wir haben eins ohne Erdkräfte. Für die Armee. Jetzt wird es ein bisschen problematisch. Ich könnte 102 Baumwombs noch umwandeln. Das würde aber trotzdem nicht passen. Das heißt, wir machen wenigstens mal hier noch auf Level 40 den Kollegen. So, 3.9 mit Erdkräfte. Also haben wir noch zwei 40er dann. Denn unten habe ich noch eins rumhängen. Das dürfte... Die Shinies sind alle so entwickelt. Okay. Und wir haben hier noch ein 100er. Das andere ist ein 96er. Und das versuchen wir jetzt auch einfach noch auf Level 40 zu pushen. Ich komme darauf nicht klar. Ich habe mir das so schön ausgemalt. Und irgendwie funktioniert es nicht. Also... Was habe ich denn jetzt wieder gemacht? Ich muss es noch machen, bis die anderen Bonbons drunter stehen. So. Da auch nochmal... 1.698 dazu. 3.962. Sieht gut aus. Warum? Aber keine Erdkräfte oben bei dem. Der macht mich wirre. Wenn ich den jetzt als Best Buddy anlege, kriegt er natürlich nochmal einen kleinen Push. So. Was ich auch noch zeigen kann. Moment. Was ist das hier? Jotak, verfolg dich jetzt. Dankeschön. Jotak. Wenn er das dann sieht, vielleicht irgendwann nachträglich. Wenn ich hier 4 Sternchen eingebe. Ihr wisst, jeder spielt den C-Day anders. Es gibt viele natürlich, die genau am C-Day gesagt haben, sie snipen Hunderter, bis sie ein Shiny Hunderter haben und fangen das. Oder ihnen war es wichtig, 3 Shiny Hunderter zu haben. Ihr seht bei mir nichts dergleichen. Auch wenn man die Möglichkeit dazu hat oder hätte, finde ich, mir war es wichtiger, dann lieber Bonbons zu sammeln und ein paar hoch zu pushen. Und ein paar Shinies zu haben, als dass ich den ganzen Tag gespielt habe und habe dann genau 3 Shinies bekommen. Die zwar alle 300% sind, aber ich kann ihn nicht mal pushen, weil ich keine Bonbons habe und nichts. Das gab es trotzdem noch. Das war ein Hunderter. Das war aber nicht gezielt gesucht. Das ist halt so mit in den Beutel gerutscht. Ein Hunderter Kaumalat und hier ein Alola Kleinstein auch noch als Hunderter mitgenommen. Denn ihr seht, am Dienstag in der Spotlightstunde haben wir das Taubsital getauscht. Das war auch ein Hunderter. Seitdem, da ist nichts passiert. Also nicht abends Amerika abgrasen und den anderen Abend Auckland, Neuseeland abgrasen, nach Hunderter snipen. Das ist auf jeden Fall nicht mein Fall. Ich spiele da anders. Deswegen lieber eine heftige, fette Armee mitnehmen. Auch wenn ich es immer noch nicht verstehe, wieso das jetzt hier so... So, Kaumalat. Ja, ich habe dann eben die ersten sechs Stück, die mit dem höchsten Level, habe ich dann halt einmal durchentwickelt, dass ich noch sechs Shinies habe, die frei sind, die man vielleicht auch irgendwann mal tauschen kann. Sechs Shiny Kaumalat, sechs Shiny Knackrack mit Erdkräfte. Sonst haben wir hier ganz viel übrig. Aber was macht man damit? Wie viele Shiny Kaumalat muss man denn aufheben? Wie viele braucht man wirklich? Hier auch die Shinies dazwischen, doch jetzt ist es wieder so sortiert. Gut. Aber ein Best Buddy ist wenigstens drin. Das ist, wie gesagt, ein 690er, hat auch nur Erdbeben. Hier war noch ein ganz altes mit 2, 4, 5, 5, aber ich glaube, am besten wäre das eh in der Meisterliga und ansonsten als Raid Pokémon zu gebrauchen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eine 6er Armee ist also auf jeden Fall am Start. Vier Stück auf 50, zwei Stück auf 40 und da können wir sicherlich irgendwann nochmal was machen. Kaumalat gibt es ja immer noch in Feldforschungsaufgaben, worüber man sammeln könnte, beziehungsweise wenn man die dann auch fängt und verschickt, über 100 Kilometer, gibt es ja nochmal garantiert ein XL. Also 6er Armee kann auf jeden Fall kommen, irgendwann. Was war eure Ausbeute? Was war euer Ziel? Wie habt ihr gespielt? Seid ihr die, die jetzt ihre Schundo Armee präsentieren können und können sagen, ich habe es geschafft. Ich habe viele gesehen, die haben das auch legit aber geschafft. Ein 100er Shiny, Kaumalat bekommen. Mir war das, wie gesagt, wurscht. Ich brauchte Bonbons, Staub, alles. Der ist jetzt da, leider mit Sand grab, also wenn ihr jetzt wisst, warum ich dem jetzt keine Erdkräfte geben kann, dann schreibt es mal rein, denn ich dachte, das geht. Aber irgendwie, wozu dann halt so Top-Lade-TMs aus der GBL ziehen, wenn ich jetzt die Attacke nicht drauf machen kann? Bruder, dafür ist es die Top-Lade-TM. Das hat irgendwie die ganze Folge auf den Kopf gestellt. Egal. Das war auf jeden Fall meine Ausbeute. Wir sind gespannt natürlich, was der nächste Sea-Day ist und wann es wirklich soweit kommt, dass ich zum Sea-Day wieder draußen mit Konstin und Co. unterwegs bin. Pupsi vielleicht dabei. Wir laufen. Wir, äh, wieder Shiny. Shiny. Nein, nicht schon wieder. Shiny. Dann habt ihr vielleicht nicht so viele Shinies, aber ihr habt auf jeden Fall mehr Spaß. Und es ist der Sinn des Community-Days ja eigentlich sowieso, dass man zusammen was unternimmt und Spaß hat. Und das sollte im Vordergrund stehen. Bäm. Ja, Corona ist schuld. Ja, Corona. Nein, sehen wir mal, wie es ist. Das war es jetzt auf jeden Fall von meiner Seite aus. Max Out Monday in der Knackrag Special Edition. Und sorry für den Aussetzer zwischendurch, aber ich konnte es ja nicht nochmal neu aufnehmen, weil ich schon das wie Schuh entwickelt habe. Das hätte ich ja nicht nochmal machen können. Deswegen muss ich das immer im Stück machen. Ich bin auf jeden Fall jetzt komplett lost und rum. Und deswegen gehen wir jetzt gleich essen. Heute gibt es nämlich Schnitzelsap, aber ihr seht, das Dönersap von letzter Woche ist schon vorproduziert. Schon eine Woche allen. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Ich bin. Ik bin.